Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Ich bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Okay, gehen wir zum Waffenhändler. Oh, okay. Oh, ja. Wenn unser Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schaue mal. Schauen wir mal. Fett auf dem Schwert jetzt. Waffenshop. Äh, bla bla bla. Äh, Waffen und Rüstungen. Äh, Seifen. Seifenreif. Haben wir überhaupt Geld? Ja, hatten wir einmal tatsächlich. Ein aus Eisenangefälliger Armreif, dem für seinen geringen Preis erstaunliche Kraft. Sollen wir da überhaupt was kaufen? Ich weiß es nicht. Also, an zu zweit. Oh. 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 eine schutz letzte ja wie nämlich und ein das war's mehr geld habe ich leider nicht nicht jetzt gleich ausrüsten das kann man verkaufen eigentlich das behalten wir mal alles man weiß nicht was mal gut ist okay geht doch nicht um die größe das ist eine neue woche erhalten du kannst damit auch ihre dazugehörige wochen fändigkeit erlernen erreicht reichte geschicktes die aufträge die bei der bürgerwehr eingehen genau die richtige anlaufstelle für einen alles können und wo finde ich ihn um diese zeit sollte er in der wachstube sein okay wenn ich jetzt schon die überhaupt dann will ich die auch dann will ich ja auch laut rosen rei an der schmerz eisen klinge genau und dann ausrüstung durchaus schon ist es doch auch wo man gegenstände ist ja ne 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 wirst du lederhandschuhe kann ich jetzt nicht dass das das dinge anziehen schutzweste doch nice ok 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 das ist jetzt auch an sieht man gar nicht egal wird schon passen ja ich glaube die sind schon gar nicht mehr da oder lösen die neuesten zahlen für die erlegten bestien hallo hallo tiefer hast du etwas auf dem herzen nein ich wollte nur einen starken helfer vorstellen voilà klaut der alleskönner das freut mich sehr je mehr desto besser arbeiten wir zusammen für die sicherheit und das glück dieser stadt wenn die bezahlung stimmt dann nehme ich auch gefährlichere jobs du scheinst sehr sehr von dir überzeugt zu sein ich habe da genau die richtigen aufträge für dich die details klärst du am besten mit den klienten wenn alles gut läuft hörst du sicher wieder mal von uns du kannst ab sofort dein talent als alleskönner unter beweis stellen und aufträge annehmen ok kandidat ermittelt abgleich mit dem referenzdatensatz strapazierfähiger knochenbau definierte muskeln herz und lungenfunktionen auch durch tragen des großen schwertes nicht beeindruckt ok äußerst vielversprechend mein name ist chadley ich arbeite in der forschungsabteilung des shinra konzerns würdest du mich bei meinem projekt unterstützen du bekommst auch eine anzahlung ich bitte dich diese analyse materia einzusetzen und daten für kampfberichte zu sammeln auf diese weise kann ich nämlich neue materia entwickeln mit shinra kooperiere ich nicht keine angst ins geheim arbeite ich gegen meinen arbeitgeber gerade du solltest es doch wissen in neuen materia liegt auch die möglichkeit zum widerstand gegen shinra also was meinst du wenn ich dich hintergehen sollte kannst du mich einfach mit dem schwert erschlagen das werde ich auch wirklich tun sehr gut bis dahin haben wir also eine abmachung komm bitte schnellstmöglich zu mir sobald ein kampfbericht erstellt ist ok ok wenn es mal wieder brennt rufen wir dich bin echt froh dass jetzt erstmal ruhe ist ok wenn alles glatt läuft werde ich mich sicher wieder mal an dich wenden ok setze bitte die analyse materia ein und sammle damit daten für die kampfberichte immer die jetzt wirklich einsetzen ah ja verschwundene freunde wir sagen wir haben wir das halt jetzt gleich mal so ist schon eine freunde sprich mit betty alles klar theorisieren gute du machst jeden job da guck mal was darfst du mich denn bitte so an müssen wir so hinkommen na wobei wo sind wir jetzt lang gelaufen ups total falsch hier sind wir jetzt genau hier hallo hallo tiefer passt mal auf den laden auf schade ich wollte dass sie mir bei der suche nach meinen freunden hilft oh dieser alles kann er hier neben mir sagt dass er sie suchen wird wirklich also gut so sehen meine freunde aus sie haben lange arme und beine sind elegant und super schlank sie mögen orte wo man was essen kann und leute die ihnen leckerlis geben und enge spalten meine freunde sind nämlich kater wisst ihr bitte was enge spalt haben wir sollen katzen suchen habe ich das gerade richtig verstanden wenn man sie ruft kommen sie auch du musst sie unbedingt zurückbringen ja habe ich das gerade richtig verstanden mein papa lacht nicht bestimmt aus enge spalt so jetzt muss ich das andere machen ne rattenplage rattenplage abend für alles eröffnet hat die bürgerwesen keine besonderen vorkommen sie zu verwenden los kommt jetzt endlich da raus dann kannst du vielleicht auf aßrattenjagd für mich gehen die fiecher schließen sich wehrratten an und fressen uns alle vorräte wehrratten ja siehst du laikos sag mal hast du da eben gelacht du hast die mundwinkel so verzogen na egal hauptsache du erledigst die arbeit anständig also diese aßratten verkriechen sich in den vororten der stadt angeblich kommen sie angelaufen wenn sie die schreie von wehrratten hören selbst bei solchem ungeziefer gibt es wohl so etwas wie kameradschaft so ein bisschen hier müssen wir auch ungeziefer in der fabrik so ok dann gehen wir mal da lang es klang ziemlich nah ich will endlich wieder tanzen oh nee da lang nicht da lang äh äh nee dann wieder total falsch es muss auch hier dann sein ähm ähm ein super trank ok komm mal auch nicht rüber ne also nee warte mal ah wahrscheinlich ok hallo willkommen oh ein neues gesicht bist wohl nicht zum einkaufen hier du musst der alleskönner sein von dem man sich so viel erzählt gut du kannst mir vielleicht weiterhelfen ich will dass du die fliegenden echsen in der alten fabrik erlegst da ist nämlich unser revier meine stammzulieferer begeben sich vertrödel gerne mal in gefahr das macht mir etwas sorgen ich übernehme das besten dank man bewegen der einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll am natin wenden er ist ein mitglied der bürger werden lass ihn nicht warten die sache drängt ok ok was hast du so und ist sogar günstig dann guck mal hier ist doch was die ratten plage die ist doch direkt da ist das hier einfach gut ok so so genau so das war's so schnell zeigen sich die biester wohl nicht und was nun warten wir obwohl lass uns erstmal zum krämer zurück und zwischenbericht erstatten die ratten plage ist dann nicht so ok ok ist was ist was ist was ist was richtig für chatley also das war alles das ist so ein bisschen und das verschundene freunde haben auch noch nicht gemacht ungeziehbar in der fabrik genau dann machen wir das mal ja ähm wo 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 druck von von final fantasy sehr gut sehr gut macht spaß macht auf jeden fall spaß sehr schön inszeniert oder ist noch eine katze wir sind jetzt da richtig ich denke aber schon hier ist gesperrt die fabrik ist gesperrt betreiben sich schimmer rum obwohl moment du bist sehr tiefer seid ihr die hilfe die die zentrale uns versprochen hat ja seid ihr natürlich herzlich willkommen die schimmer befinden sich in den hinteren lagerhallen an zwei stellen märz sie aus ok ok immer wurden an zwei stellen in den hinteren lagerhallen gesichtet lasst keine leben nehmen aber nicht so töten sie alle wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr ok gegen jetzt kommen wir da nicht weiter matul matul um 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 til man um zu okay ja aua 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 Der kann mal echt stiegs warm, ne? Boah. Okay. Dankeschön. Wir haben Waffen und können sich selber nicht drum kümmern, ne? Unglaublich. Aber, aber. So, wir müssen da lang. Also, irgendwie. Ich glaube, das war richtig. Nö. Ah doch. Ich verliere mich. Und dann? Jawohl. alter hilf mir mal hilf mir mal wie dran vorbei glauben wir hätten da lang da lang müssen wir jetzt genau 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 da kommen wir direkt hin so wie ich weiß um drüber vielleicht ganz träge ist ja noch nicht mehr ab und zu wo es da lang geht ok oh egal oh ha kümmer na dann so ok so müssen wir gedrückt halten so ok fertig aber lehnen ungeziebe in der fabrik zum strotthändler zurückkehren jawohl sehr schön achten kann man direkt zurück in das schön oder wenigstens mehr zurücklaufen können das direkt bei dem abgeben dann ihr habt die flugächsen erlegt besten dank auch das wird meine schrottsammler sicher freuen sieht ja ganz so aus als hättest du ein händchen für diese seltener geschichte ich habe in den slums schon so einiges gesehen glaub mir ich habe ein gespür für sowas begib dich am besten mal zum platz vor dem pfeiler man munkelt dass irgendwo dort ein grässliches ungetüm rumschwirrt du bist doch experte für sowas oder schon lerne dich selbst kennen indem du deinen weg beschreibt ist und dann blick zurück die aussicht wird eine ganz andere sein also hau rein mann mein angebot ändert sich regelmäßig schau während deiner selbstfindung öfter mal vorbei tiefgründig werbedrommel jawohl das lief doch wie am schnürchen sicher bist du bald gut im geschäft ja für den anfang nicht schlecht du darfst halt nicht wählerisch sein denkt dran kontakte sind wichtiger als geld okay ja ja die regeln der slums sehr gut du lernst schnell wie es scheint hab halt eine gute lehrerin und eine strenge wenn es darauf ankommt also sie dich vor wenn du meinst du eigentlich mit dem geld sammeln fertig sein was meinst du sollen wir mal in der bahn nach ihm sehen die zulieferer sind natürlich streng geheime eigentlich alles in der bahn nach mir gucken wir erst mal noch wann man mal mal hier wenn man zu retten arbeit getane arbeit getane arbeit arbeit kommen ja kommen oder was ist denn da los lass uns mal nachsehen ein kleines schwein klappe schlammratte das hatte doch sicher mit dem anschlag zu tun aber diesmal kommt er nicht so leicht davon das wird echte konsequenzen haben wir müssen johnny helfen gehört er zu euch aber er hat mitbekommen dass wir hinter er stecken und leider klappert er gern ich komme mit das bin ich dir schuldig bevor er singt du es tut ja rennen cloud rennen meine frise hier auch macht er hier einen auf gemütlich okay auf fahren bitte so Ich bin überzeugter Potsifist, Mann. Ich hatte Gewalt. Also ziehen dich nur an mir rum. Warte. Cloud, hinter die Container da. Wieso denn? Ich habe noch gar nichts getan. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Ehrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Pindra-Lagers wagen. Okay, jetzt komm, bevor er zu viele ausplaudert. Komm schon, los. Kiva, Kiva, hallo. Äh. Ich lenk die Gardinen ab, äh, Gardisten. Hallo. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not. Ihr seid es, Evernote. Hey, du. Was soll das werden? Wir haben ja heute eine Tour. Oh. 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 Das war's schon. Zack. Gut rein. Wir stellen ihn ruhig. Hey. Hey. Sie. Was? Nein. 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 Lass das. Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja. 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 Ich mache eine Biegel. Ich schwöre es. Ja. 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 Soll ich ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß aber, er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Ja. Und weg. Ja. 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 Er.